Ja, Hallöchen Puppöchen, da sind wir wieder zurück bei Southbox of Stick of Truth. Wir waren letzte Folge im Taco Bell, haben da alles soweit geregelt, alles soweit weitergemacht und ja, jetzt geht's zurück zu Randy. Hoffentlich mit deinem Level ab. Wir müssen immer noch stärker werden, wir müssen immer noch besser werden, damit wir alle Gordy scheiß aus dem Leib prügeln. Der hat uns in der letzte Folge ziemlich böse weggefischt. All right, we're going to have to completely obliterate everything in a three-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all, then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the ride? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Um... Well, not here, not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Sehr schön. Der Dreidel muss ein bisschen stärker werden. Das ablegen und wir kriegen jetzt den Stab der Riesenmöpse. Und wir wollen... Rostschaden. Ein Brandschaden macht schon unser Bogen. Das heißt, wir nehmen hier nochmal Blitzschaden. Blitzschaden ist nämlich lustig. Okay, jetzt haben wir das. Machen wir die Hauptstory weiter. Wenn du einfach zur anderen Seite gehen könnt, ich voll Idiot. Ich dachte, da ist die Kirche. So. Okay, ich muss erst wieder... Not. Okay. Quest. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. Das passt perfekt. Ja man, erstmal vier neue Freunde. Jetzt wollen wir wieder die Sportrüstung tragen. Das ist ja momentan beste Rüstung. Oh, und wir haben noch einen neuen Vorteil. Oh, und wir haben noch einen neuen Vorteil. Wir nehmen ein bisschen mehr Gesundheit. Kein Schaden. Kein Schaden. Oder Cartman. Cartman hat uns auf unsere epische Quest gebracht. Aber er ist ein Arschloch. Wir schließen uns den Elfen an. Da. Außerdem können wir da Cartman verprügeln und das wird dann lustig. Da. 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 Ja. Ja. Da. Ja. Da. 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 Plus 15 Schaden beim Brennen, behalten wir. Boah, das war so schade, wird angewidert, Alter, das Tier ist so gut. So, was setzen wir denn noch ein? Oh, das ist richtig, das ist so richtig unheilig. Wir werden so richtig übeln Damage machen, aber jetzt passen die nicht mehr. Ja, Mashallah Bruder. So, reicht doch, epischer geht es nicht mehr. Ja. Nicht so baden? Ja, mal nicht so baden. Wir haben so hart einen auf Damage getrimmt jetzt. Ja, der kann die Brindern nicht beimachen. Ja. 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 Das ist doch ein altes Ding, sehr cool. Darf ich jetzt erstmal...schauen? Ich muss dem jetzt Feuer geben. Dann müssen wir nochmal gucken. Verbrennen. Dann müssen wir das hier nämlich umändern. Oder wir machen hier jetzt. Schockschaden ist schon cool. Aber wir bleiben hier bei dem Ball, der Feuer schaden macht. Ich will testen das gleich aus meinem Kampf. Kann ich meinen Begleiter wechseln? Oh, das ist nicht gut. Das ist schockiert. Söp! Das ist schockiert. Das war Lava. Leider jetzt. Oh, fuck me. Prepare to die, you bitch. Uh-oh. Dude, just take my lunch money. Give up, we fortified this shit. Got our killer in. Don't kill me, dude. So, testen wir doch mal die neue Rüstung. Ich glaube, den Blitz bringt es doch nicht so wirklich. Ich bin noch nicht überzeugt vom Blitz. Lieber noch mal Rüstungsdicht schlagen. Ah, motherfucker! Quit it! Ah, motherfucker! Ah. 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 immer alles mitnehmen, immer alles mitnehmen, das ist das wichtigste, Loot tut gut wir haben, das ist das wichtigste, was ist das wichtigste, was ist das wichtigste, was ist das Wir haben hier ein Geräusch gehört. Wir haben dieses Green Goo gefunden. Es war überall. Es verändert die anderen Monitoren. Na ja, es hilft dir recht zu sein, dass du ein Patsy-ass-Hallway-Monitor in der Prisky. Es ist etwas in der Goo. Es ist... Es ist... Einen Schönen Tag an der Zeit! Somehow, diese Green Goo macht die Hallway-Monitoren sogar schlimmer! schnell! Ok Rot-Nazi-Ginjas Ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmeres gibt als Nazi-Ginjas. Hihihi Nein! Die haben mich angefasst. Scheiße! Was ist das? Ich kann mich auf den Arsch gehen. den mach ich jetzt tot? ja fast ich mag den neuen hammer wundervoll ah daywalker ich verstehe was habe ich bekommen? nein hm das was 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 wundervoll wundervoll was wer machte jetzt gegen ungewiderte? ja was schade ach dann so schönen Tag schönen Tag schönen Tag schönen Tag your word is the command my lord schönen Tag sparky here boy ja 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 man kann ja halt wirklich gewinnen ohne ähm zu kämpfen in den meistern das ist super ja 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 ich habe noch eine aufwertung verfügbar nehmen wir das will ich im nächsten mal ausprobieren ich glaube gegen so einen einzelgegner wird das nicht da mal Das finde ich interessant. Nett! Könnte mir echt gefallen. Ich muss das mal mal ein bisschen... Das hat nicht funktioniert, um seinen Angriff zu unterbrechen. Scheiße, der macht keinen normalen Angriff, mir fällt mir gerade ein, da mach ich halt nur noch zu gut. Mega. Irgendwas buddern? umdommommdommommdommomm ok jetzt Wenn das Licht auf dir ist, drücke linken Stinker, beliebige Reihenfolge. Okay. Nice! You hit like my grandpa! No! Was ist das falsche Scheiße? Was ist das falsche Scheiße? Wenn mir Gesundheit für den Kleinen reicht erstmal. Also auch schon genug. So jetzt aber. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen!